Alterssichtigkeit tritt ab dem 40. Lebensjahr auf. Diese kann mit mehreren Methoden korrigiert beziehungsweise kompensiert werden. Man kann diese mit einer besonderen Art des Augenlesens korrigieren. Vorteil dieser Methode ist, dass diese minimalinvasiv ist. Oder man kann auch die natürliche Linse austauschen und anstelle der natürlichen Linse eine Premium-Linse implantieren, mit der Sie gleichzeitig in der Ferne und in der Nähe ohne Brille sehen können. Das heißt, in so einem Fall brauchen Sie weder eine Fernbrille noch eine Lesebrille. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit den Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.